hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge mad max genau schön dass ihr eingeschaltet habt schön dass ihr dabei seid und wir müssen jetzt zu gutas gut gas festung und dazu benutzen wir natürlich unseren schicken schlitten hier so kommen sitz auf mein lieber auf geht's wir müssen noch mal eben schnellen wegpunkt gut gas festung ach da ist schon der ist schon vorgezeichnet der weg perfekt auf geht es zwei lieben ja schön dass ihr dabei seid schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute geht sie auch weiter mit max vielen dank auch noch mal für eure unterstützung bisher freue mich immer über jedes like und jeden comment den ihr so von euch gibt das ist wichtig gerade auch für etwas kleinere kanäle wie meinen ich bin nun mal nicht so groß wie der liebe gronk oder der terminator zum beispiel bin ich natürlich ein bisschen mehr auf eure unterstützung natürlich angewiesen so schön durch die pampa hier durchgejubbelt schöne fette neue auspuffanlage haben wir hoffe nicht dass wir jetzt in sturm kommen gut gas hoheitsgebiet und korrig julian mit einsetzen ja tschüssi koski So, gut Gasfestung, ich hoffe. Hier kriegen wir, glaube ich, noch Teile. Hier ist noch irgendwas. Irgendwas liegt hier noch rum. Stehe ich da jetzt genau drauf, oder was? Mal gucken. Ein Stück zurückfahren. Irgendwo sind hier Teile. Schauen wir hier mal eben schnell irgendwo rein. Da kommen wir nicht rein. Irgendwo müssen hier Teile liegen. Abfalllager. Wo haben wir hier die Teile versteckt? Sind wieder gut versteckt hier die Sachen. Da ist nix. Ist da sicherlich irgendein von diesen kleinen Containern. Hier ist auch nix. Ich habe das aber auch ehrlich gesagt keine Lust hier stundenlang rumzusuchen. Dann fahren wir gleich weiter zur Festung. Ach, da hinten. Da hinten ist es ja. Da schimmert es im Sande. So, sehr schön. Schrott. Immer her damit. Es war nur ein Teil, aber egal. So, weiter geht's. Oh, ein stillgelegtes Schiff, das ist ja auch cool. Na, das war bestimmt Action. Was? Was? Oh, das war's. Was Lander, würde ich dir sagen. Aber ich würde sagen, es ist auch schade. Ops. Kann sich aber auch mal wieder rasieren. Ich habe den Geheimen. Meine Sanctum. Meine Sanctum ist verletzelt. Es ist verletzelt. Alles, was ich habe, ist weg. Ich habe nichts mehr. Bitte. Diese Auto braucht Hilfe. Und Streich. Wenn wir uns hier bleiben, und wiederholen. Dann will ich Ihnen diese... die Hände mit einem schwarzen Finger. Ja. Du hast eine Chance für mich. Oh. Danke. Danke für mich. Danke für mich. Danke für mich. So, was müssen wir für ihn jetzt wieder machen? Streich deine Hände, wo ich sie sehen kann. Streich deine Debian-Flatten-Finger. Ich brauche keine Perversionen. Ich bin mein Champion. Gut, das Festung. Die haben wir schon mal eingenommen. Sehr schön. Für jetzt. Ich finde dein Weltenweil. So. Beschaffe Schweißdraht. Ui. So. Was haben wir da? Schradkuh. Aber das kann man nicht skillen, ne. Lassen wir hier hoch. Okay. Schauen wir uns hier mal um in der Butze. Oh, was ist denn mit dir? Was Schlechtes gegessen? Eie. Schweißdraht. Halt. Halt. Hundert Stück Schrott. Hm. Da darf ich ja nichts von nehmen, ne. Woher nehmen wir nicht stillen? Hier geht es ja nur in die Richtung. Da haben wir nichts. Was. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht finde ich hier ja noch was. Hier geht es ja auch lang. Gott. Da ist schon mal was. Na, können wir das nehmen? Oh, schön. Das Motorrad. What on earth is the sink? Was für die Hölle ist das? Mhm. Ein Motorrad ist das. Oh, jede Menge Schrott. So, das haben wir schon mal. Da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Hier geht es weiter. Da ist auch noch was. Verbesserung für den Jack einzubauen. Ja. Das machen wir doch. Glatt. Gehen wir wieder nach unten. So, da war der Typ. Wo sind wir jetzt hergekommen? Ich meine von hier sind wir gekommen. Die sind alle nicht so besonders fit aus hier. So, Verbesserung. Benutze die Werkstatt. Tut 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 tut. Schnaipergewehr neu. Hier, den. Äh. Weg, weg, weg. Den müssen wir auf. Einbauen. Zack. Fertig. 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 Sehr schön. So, die haben wir abgeschlossen, die Hauptmissionen. Very nice. So, wo sollen wir jetzt hin? Die nächste Hauptmission ist gesperrt. Sprich mit dem Missionsgeber, um die Voraussetzungen zum Freischalten zu sehen. Wer ist hier der Missionsgeber? Ist der draußen oder? Muss ich wohl raus, wa? Ja. Jawoll. Ähm. Verspalten. Ähm. Da, 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 da. Ist jetzt der Typ hier? Ah, das ist hier gleich. Ach, die werden wir schon finden. Wow. Bam. Da muss hier irgendwo sein. Da. Oh, so schnell haben wir noch niemanden gefunden. Da. Ja. 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 Nee. Ja, das ist erst beweis, um Guter ins Vertrauen zu verdienen. Ja, gehen wir da nochmal wieder zurück, okay, das machen wir. Den haben wir gesprochen, jetzt gehen wir nochmal wieder zurück. Kommen wir hier jetzt hoch, oder, ne, wir müssen da lang. So. So. Welcher Typ hier ist das? Der ist das nicht, geht's hier noch weiter? Ja, mein Lieben, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch bitte unbedingt einen Kommentar oder einen Like da, oh, da haben wir noch Schrott, sehr schön. Muss ich irgendwie wieder hoch hier, oder? Ne, aber da geh ich doch weg. Wo ist der Typ denn? Ist der das? Ne, der ist das auch nicht. Der ist das auch nicht, der kann ich auch nicht mitreden. Hier steht keiner. Ich gehe mal davon aus, dass der denn wohl oben ist, geht ja gar nicht anders. Oh, ne Gefangene hier, was ist hier denn los? Das stimmt doch irgendwas nicht. Sie kommt da jetzt ran, okay. Ja, das haben wir auch erledigt. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen, fürs freundliche Zuschauen, genau. Und wir sehen uns in der nächsten Mad Max Folge wieder, bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haut rein und ciao.